hoho und herzlich willkommen hier auf dem g reference kanal ja heute ein video zum 24 12 alle haben hier am heiligen abend viel stress oder auch mit der vorbereitung und auch viel mit familie etc zu tun vielleicht braucht der ein oder andere von euch da mal seine fünf bis zehn minuten auszeit und möchte sich noch mal neues video angucken deswegen habe ich heute auch ein etwas besonderes spezielles stück mitgebracht was wohl die wenigsten kennen werden und zwar eine tactical loadbearing vest von aba also american body armor was macht diese tactical loadbearing vest so besonders und zwar ist sie vom grunddesign her so wie der allererste truppenversuch den es mit der tactical loadbearing vest gab und zwar hat damals in den 80er jahren um genau zu sein 1984 lowey alpine systems also die firma kennt man auch in europa stellt ganz viele rucksäcke her auch gerade im bereich des niederländischen militärs die haben das lcs 84 rausgebracht das load carrying system 84 und zwar ist das der rucksack vom grunddesign her schon dem entspricht was später als cfp 90 beim us-militär eingeführt wurde diese ersten version von 84 sind in olive gehalten haben auch das assault pack dazu und eben die loadbearing vest 84 die war damals schon in woodland die weste rucksack und das assault pack in olive das ganze kam als satz und sollte miteinander auch verbunden werden können hier im speziellen das assault pack und die loadbearing vest später wurde das design geändert in der entwicklungsreihe der loadbearing vest aber da kommen wir dazu wenn wir uns die anderen systeme angucken und starten hier mit dem ersten modell was quasi getestet wurde damals viel bei den special forces im einsatz zu testzwecken und bei anderen elite einheiten aber auch zum teil bei regulärer infanterie was macht jetzt dieses stück zu besonders und zwar wir sehen sofort die farbe dieses modell ist dienstlich geliefert gewesen wir haben eine contract nummer datiert 1984 auch direkt aus dem gleichen jahr zu sehen primär bei den amerikanischen green beret special forces bei anderen einheiten habe ich so jetzt nicht gesehen aber dort im einsatz gerade bei special forces groups die im raum afrika mittlerer osten et cetera eben als als festes einsatzgebiet hatten wo man sich da dann wahrscheinlich damals dachte okay wir haben jetzt eine version in woodland wir brauchen irgendwas was besser tarnt für die wüsten regionen und die heißen klimazonen und deswegen wurde sehr wahrscheinlich bei american body armor dann diese version in auftrag gegeben die weste sieht man besonders häufig gerade im ersten golfkrieg wo es eine ganze reihe an schönen bildern von den green berets gibt da auch natürlich dass das schönste referenz foto was es gibt mit einem green beret der auch das chocolate chip oder six color desert genannt trägt die feldbluse schön als raid mod also mit angebrachten taschen auf dem oberarm das m16 a2 ausgerüstet mit einem m203 granatwerfer an der linken seite befindet sich dann noch eine schöne große magleit so wie man es halt haben will ja und wir haben noch einzelne parts die halt gepaintet sind es gibt halt wie schon gesagt aus dem golfrieg relativ viele fotos im einsatz mit unterschiedlichen waffen bei verschiedenen mitgliedern der special forces und da ist es auch das ist auch die bilderserie wo ich das erste mal dann diese tactical loadbearing west gesehen habe des weiteren findet man auch noch zwei fotos von der gleichen person aus dem global war on terror operation and during freedom und zwar bei einem green beret der sich in masar-i-scharif im bereich auffällt und auch noch diese gute alte weste zu der zeit trägt also auch noch mindestens 2001 2002 mit nach afghanistan gebracht hat dann schauen wir uns die weste einmal im detail an wie gesagt klassischer load tactical loadbearing west aufbau wir haben die beiden äußeren magazintaschen für jeweils zwei magazine und die beiden innen liegenden magazintaschen für jeweils ein magazin was hier besonders schön ist natürlich die farbe des alten stoffes auch die knöpfe waren mal mit farbe bedeckt gewesen auch hier noch mal die größen verstellverschlüsse habe ich gerade den original namen nicht mehr im kopf aber auch die sind farblich angepasst sowie die steckverschlüsse dann haben wir einmal hier in der tasche die wird verschlossen mit druckknopf und klett und ansonsten haben die ganzen taschen natürlich auch wie immer wasserablauf lösen darunter die zwei handgranaten hier mit druckknopf verschlossen im inneren noch wieder so ein webbing strap um den bügel der handgranate zu sichern auch wie mir das von der klassischen tactical loadbearing weste kennt die taschen haben hier hinten noch eine öffnung die sind unten nur komplett vernäht also ich habe noch die möglichkeit von oben hinter die einzelnen taschen was dünnes zu stecken knicklich da irgendwas was man auch immer braucht und hinter diesen taschen die oben natürlich kann ich dann noch mal gut die überlänge verstecken oder auch sonst noch irgendwas hinter diese tasche packen im unteren bereich haben wir wie immer die welt loops auch hier schon wie man es später kennt mit klett und zusätzlich den druckknopf zu sichern das sieht man ganz viel auf bildern dass es zu der zeit auf jeden fall noch gemacht wurde da den gürtel mit durchzuschlaufen und weiteres equipment welt mit zu führen dann haben wir hier oben die schulter polster diesen auch gut gepolstert hier ist noch mal eine anbringfläche für ellis equipment hier oben haben wir ein d ring auf den kommen wir gleich noch mal zu sprechen der ist nämlich nicht nur darum irgendwelche sachen vorne noch zu befestigen mit schnur etc sondern hat auch noch einen anderen grund dann öffnen wir mal die loadbearing weste im inneren haben wir halt nichts besonderes was aber besonders ist ist natürlich das label hier von american body armor dass der unteren bereich ist leider schon ordentlich abgeholt kann man nicht mehr so viel lesen aber wer kennt noch die kontrakt nummer und auch hier die datierung 1984 dann drehen wir das ganze einmal um jetzt können wir hier noch mal auf die seiten zu sprechen zu kommen auch damals üblich waren die bereiche eigentlich frei hier hat der ehemalige besitzer noch mal ein bisschen strap drangenäht um hier wahrscheinlich noch mal eine alice tasche oder sonstiges zu befestigen oder weiß ich nicht was er da was da sonst mit geplant war ich würde aber eher davon ausgehen um noch mal was anzubringen dann haben wir auf dem unteren panel einmal hier die seitliche größenverstellung auch schön mit dem paracord in der schönen matchenden farbe hier die ösen allemal angemalt gewesen echt sehr schick hier unten haben wir wieder ein ein punkt um weitere alice ausrüstung anzubringen und das gleiche haben wir auch noch mal hier oben ebenfalls wieder für die alice ausrüstung hier hinten noch mal die rückenverstellung um das ganze dann gut anzupassen ja wie ihr schon seht es gibt ja einige stellen die schon geflickt wurden aber das war für mich zu dem zeitpunkt auf jeden fall in ordnung der preis war gut und ursprünglich war ich nie ein fan von diesem tactical lobeering west aber die hat es mir angetan gerade wegen der aufmachung und der farbe jetzt kommen wir noch mal hier zu den d ring eigentlich gehören hier unten auch noch mal zwei der gleichen d ringer an das kennt man noch von den späteren lobeering west und hier wurde dann von dem lcs system gerade von lowey das assault pack durchgeschlauft einmal hier oben einmal hier unten unten wieder mit einem fastdecks verschluss zusammen gemacht und so konnte ich halt das assault pack direkt am rücken tragen bild blende ich ein konnte auch die originalweste hat man zum beispiel bei den delta force im einsatz in panama gesehen ja so an sich von den details her nichts spektakuläres ich glaube wir können alle nachvollziehen wenn ich sage die farbe und alles ist halt hier was besonderes und vor allem auch das alter und das war es dann auf jeden fall zu dieser weste dann bedanke ich mich wieder einmal fürs zusehen seid gerne beim nächsten mal wieder mit dabei genießt heute noch den heiligen abend die weihnachtstage und dann sehen wir uns im nächsten video bis bald ciao